Willkommen zurück, eine brandneue Folge Dawn of War 2 und wir sind hier immer noch im, ja, in der, wie heißt das Schiff? Armageddon. Armageddon, ich war jetzt irgendwie bei Andromeda. So, ähm, und was ich gesehen habe ist, wir müssen erstmal jetzt den Truppen, ne, wir fliegen erstmal, wir fliegen erstmal über die Sternenkarte nach Primaris. Dann lass uns das tun. Reisen sie zum Planeten Typhon Primaris. Flipp. Ich hoffe du reist mit, oh geil, das sieht richtig geil aus. Ja. Aber so weit war der eigentlich gar nicht weg, naja. Wir müssen uns ja beeilen. Alter, wie geil das aussieht jetzt. Voll gut ey. Okay, hier gibt's zwei Sachen, wir können einmal gegen Eldad kämpfen und wir können einmal gegen Orcs kämpfen. Dann machen wir einfach zuerst die Orcs, würde ich sagen. Ähm, kannst du mal ganz kurz nach den Rüstungen gucken, ob du davon irgendwas noch behalten willst oder wegschmeißen willst. Ja, das Problem ist, dass ich, ähm, dass die verfluchte Servo-Rüstung ist für Stufe 8, die behalten wir mal und die für Stufe 5 brauche ich auch noch. Ich kann aber den anlegen, in den Rabenmantel. Und mein Obertypi kann Stufe 5, Stufe 5. Ja, du kannst ja schon mal durchgucken und, äh, überlegen, ob du irgendwas davon haben willst. Also du brauchst davon gar nichts mehr? Ich brauch davon gar nichts mehr. Also ich hab mir das Beste ausgesucht. Gut, alles klar. Du kannst zum Beispiel den gnadenlosen Typi da mal angucken. So, erstmal kriegt der Cyrus ein Level ab und dann kann der andere Sniper-Dingin ja weg. Mana des Kronos kannst du auch. Genau, ja. So, warte, ich muss mir eben die Punkte verteilen. Die drei Rüstungen, da, die lohnen sich wirklich alle noch für den Thaddeus. Ja, ja, eben. Nur die sind halt für Level 5 und der ist irgendwie erst Level 3. Cyrus kann Flammenwerfer benutzen? Langweilig. Jetzt wird's doch erst spannend. Na ja, eben. Ja, also die Rüstungen für den sind noch gut. Also nicht alle, aber weil die zum Beispiel die Mantel von Kronos kann der gar nicht anlegen. So. Ne. Das heißt, das Ding kann weg. So. Thaddeus kann nur die beiden Dinge anlegen. Kann ich die eigentlich neu sortieren? Ja. Sehr gut. Das heißt, die beiden, die jetzt links sind, die beiden Rüstungen, die kann Thaddeus anlegen. Die beiden rechten brauche ich im Prinzip für nix. Das heißt, die untere davon, genanlose Wahrheit, kann im Prinzip weg, oder? Dann seh ich, ja. Gut. Bam. Ah, okay. Warte mal, ich muss mal grad noch meine Trupps aussuchen. Nee, ich kann das auch machen. Ich geh in den Truppen. Ich hab meine grad genommen. Ach, kannst du selber? Ja. Warte mal, was passiert jetzt, wenn... Was? Ah. Wir können die einfach wechseln. Du kannst dir jetzt Thaddeus nehmen, wenn du möchtest. Ne, Thaddeus will ich nicht. Ich bleib da echt lieber bei Avitus. Und Thaddeus find ich auch ziemlich cool. Ja. Ja, also Thaddeus ist der... Die fallen mir zu schnell um. Ne, er liegt aber vielleicht auch dran, dass die ein bisschen low-level sind. Ja gut, die waren jetzt Level 1 grad. Ne, ist klar. Und eigentlich find ich, Thaddeus ist cooler als Tyrus, find ich. Echt? Ne, mit den... Mit den Granaten find ich ganz gut. Ja, das stimmt schon, aber wir haben ja auch noch andere mit Granaten. Ja. Je mehr Granaten, desto besser. So, also ich würde sagen, wir gehen jetzt mal das Kommunikationsfeld von den Orks einnehmen. Ansonsten kannst du dir auch Thaddeus die Granaten geben. Nix da. Kommandant. Beziehungsweise du kannst dir in den Fragment... ...weil das Bummen zu Teil ergeben. Ein Kommunikationsfeld wird von einem Ork-Mob angegriffen. Ja, oder die Sprengladung. Also, äh, egal. Seid. Wollt schon denn irgendwie, der... ...passt besser einen Trupp rein. So, beschützen sie ihre Generatoren, wehren sie die Ork-Angreifer ab. Wächterkanonen können beim Einsatz verwendet werden. Okay, wir müssen... Ist eine Verteidigungsmission. Okay. Das heißt, wir müssen die... Also, die Orks? Ja. Die Orks. Das heißt, wir müssen die Stellung halten, wie es aussieht. Yeah. Gut, in dem Fall sind vielleicht die so besser. Das sieht aber ein bisschen übel aus. Da möchte... Da sollten wir vielleicht... Ne, das spielen wir nicht. Alter, vier. So nicht, so nicht. Der Angriff der Orks wird gleich beginnen, Kommandant. Die Grünhäute werden auf die Antriebsgeneratoren des Feldes zielen. Wenn diese zerstört sind, gehört das Feld Ihnen. Alles klar. Ähm... Noch nicht kaputt machen. Wir brauchen die Dinger vielleicht nachher noch. Oh! Hm? Warte mal. Äh, wo positioniere ich mich? Ah, die kommt von da oben. Oh! Und ja, die sind schon auf dem Weg. Äh, pass auf. Der kommt noch reingejumpt. Ich hab grad... Ach, du hast das geholt, das Geschütz? Ja. Sagt das doch, ey. Geil, oder? Ja, ist total geil, aber sagt doch, dass von uns ist. Ey, schießt nicht auf dich, also wird's doch von uns sein, oder? Hier sollte man meinen. Achtung, du kriegst gerade ein bisschen auf die Fresse. Ja. Scheiße, der nicht sterben sollte. Ja, ich weiß. Problem ist, dass die wahrscheinlich gleich auch noch von unten kommen. Ja. Also halt demnächst mal deinen modierenden Dinger zurück. Ja, ja, ich bin ja dabei. Ich wollte ihn grad machen. Achso, ich wollte ihn grad holen. Nee, nee, du wüsstest... Du machst mir Schaden auf Distanz. Siehst ich. Die kommen jetzt eh von woanders. Nee, die kommen wieder von... Nee, die kommen jetzt von unten. Du siehst immer den Pfeil. Naja, je nachdem, wo du den Pfeil hast, kommen die aus allem möglichen in Richtung. Siehst du, die kommen immer von oben. Ja. Also, wie gesagt, halt den vielleicht ein bisschen zurück. Ja, da renne mal rein, ist das Problem. Weißt du, was ich mit dem mach? Du kannst den auf Passiv stellen oder was? Muss mal unten gucken. Ah, jetzt bin ich auf dem Fernkampf. Genau. Das ist zuerst mal so ein bisschen besser. Das ist, was ich mal mache. Ich lauf mal unten rum. Tu das. Aber ich glaub, so an sich, die Brücke können wir ziemlich gut halten. Ja. Ich denke auch. Ich hole mal die ganzen Punkte, ne? Tu das. In der Offenung, lass ich keine... Holst du gleich Solo einfach mal die Reliquie? Ja. Ich glaub, du kannst die Scouts eigentlich auch mitnehmen. Ist das so? Falls du dann gleich Hilfe brauchst oder so. Also, äh, rennen ruhig weiter. Pass auf, die Komponenten. Jupp. Äh, die Komponenten. Zwei Seiten. Na, nicht doof, die Orks. Lüffel. Scheiß, hat nicht gereicht. Gibt nicht, dass du retten kannst, na? Ja, ich bin dabei. Ich wollte nur erstmal hier die ganzen Orkszellen legen. Also, wenn zwei Leute tot sind, dann solltest du bestätigen. Ist ja nicht. Ja. Deine Leben ja noch. Ich weiß das nicht. Äh, weg, 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 weg. Ich packe meine Scouts mal hier in das Gebäude auf der Ecke. Ja, pass auf, die können da auch runterschießen. Also, ich packe meine Devastion jetzt so hin, dass die quasi... Die kommen jetzt von irgendwie woanders. Die kommen jetzt von unten. Dann packe ich dir auch einen Turm rein. Ich frage jetzt, von wo? Die kommen von da unten. Quasi von dem... Liquid-Ding. Ah ja, da. Bosse. Bosse. Scheiße. Das ist noch kurz. Aua. Alter, macht der Aua. Hilfe. Alter, wie der mich zerfetzt hat. Sorry, ich wollte grad schlitt gehen. Scheiße. Aber es sieht noch gut aus. Der Sniper hat richtig gut rein. Ja. Position da oben ist super. Kannst du mich immer... Na ja, der Tarkus hat das schon ein bisschen auf die Fresse bekommen. Ne, das war nicht der Tarkus. Das war schon alles. Geil. Kostnose EP. Ja. Wir haben nur nicht viele Dingens bekommen. Leider. Ja, ich glaub, das ist auch so nicht so eigentlich gedacht. Dass man da dann rausrennt. Ja, null von einer Gießerei. Doch, das ist eigentlich so gedacht. Gesamtleistung. Siehst du, das hätte man nämlich... Tarkus hatte Level Up. War gar nicht dabei. Oh, okay. Das ist gut. Der so auch Level Ups kriegt. Ja, das ist sehr gut. Ausgezeichnete Arbeit, Kommandant. Der Verlust dieses Feldes wäre ein vernichtender Schlag im Kampf um die Rettung des Sektors. Es an die Orks zu verlieren, wäre besonders schmerzhaft gewesen, da sie es nur ausschlachten wollten. Das wäre in der Tat ein Schlag gewesen. Seit zwei Jahrtausenden sind keine neuen Felder dieses Typs mehr gebaut worden. Das ist richtig, Sergeant. Wir haben nicht mehr die Technologie, diese Felder zu bauen. Der Verlust eines Feldes ist ein Schlag, von dem sich das Imperium nie erholen würde. Es ist noch immer unklar, was die Eldar sich durch das Provozieren der Orks erhoffen. Was sie auch immer bezwecken, die Eldar tun alles, um die Kommunikation des Sektors nach außen zu stören. Wir sind nicht sicher, wie sie das machen, aber unsere Astropaten beschreiben ihre Störung als Schatten im Warp. Ein Schatten im Warp? Das waren ihre exakten Worte? Ja, das waren genau ihre Worte, Cyrus. Wir haben jetzt allerdings dringendere Probleme. Der Mech-Böszapper startet eine neue Offensive auf die Hauptstadt, und ich muss mich um unsere Verteidigung kümmern. Sichern Sie Typhon schnell. Ich könnte sie hier bald gebrauchen. Tule Ende. Warum so besorgt, wegen der Aussagen der Astropaten, Cyrus? Kein Grund. Ich hoffe nur, dass es wirklich eine Fähigkeit der Eldar ist, einen Schatten im Warp zu werfen. Zu unser allerbestem. Oha. Die Schatten im Warp. So, 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 so. Gut, das haben wir eingenommen. Äh, ja, ich rüste den Typen mal eben aus. Kann ich gar nicht. Ich kann ihm aber Sachen geben. Ich kann ihm einmal das geben. Das wollte ich sowieso gemacht haben. Und was ist das? Ah, dann können die Bolter benutzen. Da gehen wir auch mal. Da arbeiten wir mal hin. Und Cyrus kriegt ein neues Scharfschützengewehr. Ne, das macht viel weniger Schaden. Also weg damit. Und Captain Eskart hat einen Levelaufstieg. Boah. Und kriegt jetzt einen Plasma-Werfer. Alter, macht der Damage. Okay, scheiße. Da haben sie keine Nahkampfwaffen mehr. Scheiße auf die Nahkampfwaffe. Die ist eh kacke. Du hast ja eh nur Nahkampf geskillt. Ich habe gestimmt. Obwohl, ne, ich habe jetzt 20,8 Schaden. Legt mir mal das an. Warte mal. Ich kann ja selber. Ja. Jetzt mache ich 87 Nahkampfschaden. Das ist aber schon wesentlich mehr Schaden. Na, das ist wohl wahr. Ja, pack wiederum. Ja. Aber. Vielleicht, warte mal. Rechtschaffende Wildheit. Ist das da oben? Sturmweide zum Sieg. Ah, jetzt ist das auch Parabel des Löwen. Ja. Na, du hast einen zweiten Ausrüstungsslot. Hm, hatte ich gerade schon, weil ich ohnehin das Skilled habe. Also, äh. Geh doch weiter und tue dir, äh, Rechtschaffen. Genau. Ja. Kommandantengegenstände. Oh. Ah, Stufe 7. Kann ich noch nicht tragen. Ja. Warte mal. Hast du Bock, Granaten zu bekommen? Für mit wem? Plus 3 Genauigkeit finde ich super. Tö, ja, nimm dir doch. Für den Navitus. Dann macht der noch mehr Schaden. Dann hat er sowas ähnliches wie Genauigkeit. Ja. Ich könnte natürlich auch die Hymne der Tilgung nehmen. Aber wir kämpfen jetzt gerade nicht gegen Orks. Von daher bringt das nichts. So, übrige Einsätze. Ein. Hm. Okay. Dann erzählen wir, was wir machen müssen. Danke. Uh, Elder. Oh, toll. Toll. Toll, Warp-Spinnen. Warp-Spinnen-Exarchen. Ja, das kann ja hälter werden. Vor allem, weil sie glauben, dass es keine Ranger sind, die sich einfach tarnen. Oder Skoppen. Vor allem im Hintergrund, den, ist das ein Titan? Oder wie ist denn die? Avatar. Avatar. Ich vergesse das immer. Ja, dafür bin ich dich ja dabei. Auf die Panzer müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Äh, ja. Wenn die Panzer haben. Ja. Der Ring sieht erschrecken, oder? Ich weiß, dass er irgendwann mal gegen Panzer kämpfen muss. Die haben ziemlich reinkommen. Ja, aber dann haben wir ja wahrscheinlich nicht mehr nur Fußtruppen, oder? Hä, hä, hä. Oder doch? Ich glaube, zu dem Zeitpunkt ein Schuss und meine gesamte Infantriebe. Ich hatte nur einen Vertrieb. Unsere Scanner haben die Position der Warp-Spinner auf ihrer Karte markiert. Ähm. Nicht lange dort bleiben. Das war hier. Ja. Ein schönes Stand. Ja. Fallen achten. Glaube ich. Dann lassen wir erst mal rechts und gucken, ob wir das Ding einnehmen können. Können wir das einnehmen? Kommen wir da rüber? Was ist das Ding? Was ist das? Ja, das Ding. Das Ding wird man bestimmt organisieren. Guck mal, da kommen wir aufschwimmen. Ja, die sind schon da weg. Nein, das ist bei mir. Oh. Ja, die haben sich ja dahin gespürt. Alter, machen die Damage. Ganz anderen Handlungsbrot an. Die können zum Glück aber auch nichts... Ach, das ist die nervig. Die halten aber zum Glück auch nichts aus. Ja. Alle machen übelst Schaden, ey. Wo ich lasse dich hier mal mit deinem Kommandanten ein bisschen nach vorne und so. Gott sei Dank, wenn die gerade mal nicht rennen, halten die auch nicht so aus. Ja. Gott sei Dank, ey. Ich bin da drüber, ey. Einfach laufen. Oh, von da hinten kommen auch noch welche? Ah, das ist Wasser. Scheiße. Ja. Wenn man lernt, eine wichtige Produktionseinrichtung liegt in der Nähe. Ihre Erroberung wird uns schnellere Einsätze ermöglichen. Warum ist noch einer? So, noch mal einer. Den einen kleinen Fuzzle da, den machen wir auch noch alle. Oh, ich mag den Map jetzt schon nicht. Ich find die geil. Also, so an sich ist geil aussehen und so, aber so spielerisch. So, das waren die. Nein. Oh, was ist das? Achso. Mach doch mal, ich nehme dir was Thorn. Bitte. Keine Zeit. Da ist ein Sniper drin. Ich stehe das. Mach weg. Alter. Wirf da doch den Kradator hoch. Warum? Ja. Ich dachte, du kümmerst dich drum. Ich habe ja keine. Ich dachte, du kümmerst dich generell drum. Immer. Alter, dann lassen wir erstmal links. Da drüben, die müssen wir nicht hin. Weil die kriegen wir ja wohl platt da. Ja, meine Devastoren sind jetzt da oben her drin. Boah, scheiß Wurfspinne, ey. Alter, viele Items hier. Drogen. Ups. Wollte ich nicht. Deine Scouts sind gerade ein bisschen am Verrechnen. Ja, ich versuche den gerade da wegzukriegen. Okay. Okay. Abmarsch zum Einnehmen. Wir stellen uns am eigentlichen Wöscher. Da ist noch eine Wurpspinne. Ist das Stufe 6. Gut gemacht, Kommandant. Den Punkt. Ich gehe davon aus, das war die Mühen wert. Diese Gießerei ist jetzt unter unserer Kontrolle. Oh yeah. So können wir schneller einsatzbereit sein. Ihr Signal ermöglicht auch Heilung und Verstärkung. Oh. Oh cool, wir haben jetzt einen Peilsender. Den können wir gleich zuteilen. Dann können wir, äh... Das ist geil. Dann können wir Geschütztürme anfordern. Tja, eigentlich müssten wir jetzt hier... Theoretisch können wir jetzt hier geradeaus weiter und da rumlaufen und uns den Punkt holen. Oder wir laufen direkt links rüber und holen uns den in der Basis. Also entweder holen wir uns jetzt erst den oder wir holen uns erst den. Also ich habe das Gefühl, unten lang ist es ein bisschen mehr kaputt machen und so. Und mehr Aua. Das heißt, wir laufen da lang. Ja, ich wäre irgendwie dafür. Das heißt, ja gut, wir können von da aus direkt zum Boss, ne? Also... Genau. Wir müssen die drei Punkte nicht holen. Und das andere ist einfach mega viel... Ja, das sieht sehr viel nach Aua aus. Ja. Kannst du aber von ausgehen. Ach, ist das herrlich, wie viel Schaden ich mache mit dem hier was fort. Lass dir Schaden machen, ey. Das ist herrlich. Oh. Die Vastformen positionieren sich. Alter, wie die angesprungen kommen. Und rasieren. Ja, aber total. Dabei haben die gerade nicht mehr ihre Sonderfähigkeit aktiv. So, äh, okay. Das könnte jetzt ein bisschen ekelhaft werden. Warte, warte. Die Sprengladung? Natürlich. Sehr schön. Macht sie alle. Tun wir. Und ab dafür. Pushen, 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 pushen. Einer ist vom Abitur WG. So richtig geil. Das klingt so. Boah, Leute. Ich bin raus. Kein Bock. Aua. Aua, 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 Aua. Okay, geht noch. Achso. Hm? Da oben ist noch ne Dingens. Puff. Rechts ist auch noch ne Dingens. Na was? Kiste. Ja, mach mal. Ah, geil. Mehr Minen und Granaten und keine Ahnung. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Truppenverstärkung. So. Dann laufen wir einfach den Weg weiter und machen direkt den Boss, würde ich sagen. Ja. Würde ich auch sagen. Einfach ein Warp spinn. Stehen bleiben hinter dir. Einfach stehen bleiben und drauf schießen lassen. Ja. Fällt es irgendwie cool, wenn man die so ein bisschen formieren könnte. So, fürs Vorhürden formieren könnte. Du meinst so wie bei Zero AD? Ja, und zum Beispiel, dass ich halt sagen kann, dass die Devastoren immer hinter den taktischen Trupp herlaufen soll. Ja, ja. Ich verstehe schon, wie das meins. Okay. Wir sind da jetzt runter, ne? Ja. Yay. Da unten sind ein Haufen Kisten. Das macht mir irgendwie ein bisschen Angst. Mir auch. Und da regnet es irgendwie weniger. Oh, lass mal runter gehen, ne? Ja. Kann schon nicht so schlimm sein. Mal, ich mach mal hier oben kurz mit zwei Kisten. Lass mal liegen. Ich lass es liegen. Weil, wenn wir dann irgendwie mal was brauchen, dann... Dir was treuern, hätte ich gern in den linken. Da kommt einer. Das ist ja überhaupt spinnig, sag ich. Was? Irgendwie ist... Da kam gerade so ein bisschen Maul. Heute mal... Heute mal so ein bisschen... Hol dir mal so ein bisschen weiter in meine Richtung hier. Habe ich. Machen die von allein. Huh. Ich versuche... Scheiße. Au. Der gute Tagus kriegt aber richtig viel von ihm auf die Fresse, ey. Ich ziehe dir mal ein bisschen zurück. Also Captain Escad geht eigentlich gerade. Na, okay. Dann ist er tot gewesen. Ich hab schon... Oh. Oh, wie schnell die umfallen. Ich muss wieder ins Haus. Okay, schon tot. Ich schaff's nicht mehr ins Haus. Ich muss mich mal eben heilen, sonst wär's aufs gewesen. Du bist grad unwissigbar. Ja. Auch so gut. Auch sehr gut. Oh, wir haben den, ne? Nein. Noch nicht. Ach nee, der Typ ist ja noch da. Da hinten. Tagus ist halt gerade so ein bisschen am Kriptieren. Wo ist der denn? Ach, da hinten. Ja. Da wär mit fast. Uh. Okay, der war spannend, der Boss. Aber war schon besser. Zur Beute. Zur Beute. Sie hält uns einfach nur für Beute. Tach. Jetzt nicht mehr. Ich find auch toll, wie sich immer die Ausrüstung verändert mit den Dingern, die wir anlegen. Ja. Gut, dass die Folge schon mal eine halbe Stunde geht. Also diesmal Folge mit Überlänge. Oh, Blendengranaten. Ja. Egal. Eine von eine gießt er rein. Ja. Neue Stufe Avitus. Äh. Ne, Cyrus nicht. Und hier richtig viel Zeug. Geil. Kriegen wir noch ein Level abhin irgendwo. Töne. 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 Da geht's schon weit. Ausgezeichnete Arbeit. Komm. Meistens, wenn man irgendwie ohne Wormspinnen, die die Orks aufrägern oder irgendwas hat. Ist Typhon viel sicherer. Ihre Siege über die Orks und Eldar haben die Situation auf Typhon für den Augenblick stabiler gemacht. Es gibt jedoch nicht nur gute Neuigkeiten. Wir empfangen zahlreiche Berichte über lokale Mutationen der Vegetation, sowie über Angriffe durch Horden von Alienwesen. Diese Wesen, wie sehen sie aus? Die meisten Berichte stammen von Bürgern, Cyrus. Und ihre Angst macht die Berichte unverlässlich. Ich brauche sie hier auf Calderes so bald wie möglich. Böse Zappers Orks haben sich für einen weiteren Großangriff auf die Hauptstadt des Planeten versammelt. Ohne ihre Unterstützung wird Calderes fallen, fürchte ich. Ja, das wollen wir ja nicht zulassen, dass das passiert. Ganz klar. Und wie Cyrus einfach weiß, was jetzt kommt. Und wie meine zwei einfach einen Level-Up haben. Ja, so, aber die Folge ist vorbei. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht es gut und tschüssi.